Platz 1 Warum klaute Robin Hudeo? Er wollte es unter den Armen verteilen. Platz 2 Im Restaurant Frau, isst du wild? Mann, nein, ich lasse es ruhig angehen. Platz 3 Ein Mann überfährt ein Huhn. Pflichtbewusst hebt er es auf und geht zum nächsten Bauern. Verzeihung, ich habe gerade eines ihr Hühner überfahren. Sagt der Bauer, tut mir leid, das gehört nicht mir. Meine sind nicht so flach. Platz 4 Herr Doktor, hätten Sie eventuell etwas für mich, damit ich jünger aussehe? Hier, nehmen Sie den Schnuller. Platz 5 Warum fliegen Vögel im Winter gegen Süden? Weil es einfacher ist, als zu Fuß zu gehen. Platz 6 Ein Mann bringt eine Frau nach dem ersten Date an die Haustür. Die Frau fragt, und wollen wir Telefonnummern tauschen? Da sagt der Mann, wieso sollten wir sowas machen? Das würde doch nur die Leute verwirren, die uns versuchen anzurufen. Platz 7 Polizist hält einen betrunkenen Autofahrer an. Haben Sie was getrunken? Fahrer säuselt angeschwipst. Nur Tee Polizist, dann haben Sie bestimmt 1,9 Kamille. Platz 8 Du Paul, ich habe mal eine Frage. Hast du jetzt endlich eine feste Freundin? Nein, ich habe immer noch die Wapläge. Platz 9 Am Ende eines Bewerbungsgesprächs. Mann, woher kommt eigentlich der Wind? Personalleiter, als ich sagte, ob Sie noch eine Frage haben, meinte ich eigentlich bezüglich des Jobs. Platz 10 Mein Vater hat mir gestern eine PowerPoint-Präsentation gezeigt, warum es so wichtig ist zu verhüten. Alle Bilder waren nur von mir. Platz 11 Ich, mein Fahrrad ist weg. Freund, war da eine Kette dran? Ich, ja. Freund, dann ist die jetzt auch weg. Platz 12 Mir war kalt, also habe ich den Außenventilator abgestellt. Die anderen Fluggäste im Helikopter fanden das nicht so toll. Platz 13 Patient, Herr Doktor, ich bin so vergesslich geworden. Doktor, okay, verstehe. Patient, was verstehen Sie? Platz 14 Konfuzius sagt, möchtest du ewig leben, musst du heiraten. Dann möchtest du nicht mehr ewig leben. Platz 15 Wo sind Elefanten heimisch? In Rüsselsheim. Platz 16 Frau, du Schatz, mit der neuen Brille gefällst du mir gar nicht. Er, aber ich habe doch keine Brille auf. Sie, ja, aber ich. Platz 17 Meine Frau sagt häufig zu mir, du hängst. Gestern zum Beispiel, du hängst nur noch auf der Couch rum. Platz 18 Geht ein Mann zum Zahnarzt. Zahnarzt, sie brauchen eine Krone. Mann, endlich versteht mich jemand. Platz 19 Bin heute Nachmittag mit meiner Frau zu Karglas gefahren. Von wegen, die tauschen aus. Platz 20 Mann zum Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus. Sie wohnen doch über mir und haben doch die gleiche Zwei-Simmer-Wohnung, wie ich. Wie viele Tapetenrollen haben sie eigentlich beim Einzug gekauft? Nachbar, 18 Rollen. Zwei Monate später. Mann zum Nachbarn. Komisch, bei mir waren nach dem Tapezieren noch 10 Rollen übrig. Nachbar, ja, war bei mir genauso. Nachbar, ja. Nachbar, ja, war bei mir noch auf. Nachbar, ja.